So, hier sind wir im Innenraum, hoch. Die riesigen Säulen, auch alles hier in den Karnack-Töpfe. ... Säulen stehen hier gut erhalten, groß. Und wissen wir tatsächlich nicht Bescheid bis heute, warum so viele Säulen hier gekommen sind. Wahrscheinlich, diese Zahl hatte eine Bedeutung gehabt, aber das hat man noch nicht entziffert. Sie haben auch alle die gleiche... In der Mitte, die großen Säulen sind mit offenen Kapitänen, schauen Sie. Nur die in der Mitte sind, aber die übrigen sind mit geschlossenen Kapitänen. Und man sieht an jeder Säule die Namen der Könige, die Kartuschen und die Götterabbildung. Wie hier, beispielsweise oben, diese Säulen, die sind alles die gleichen... Ja, Kartuschen, alles gleich. Ja, von Ramses II. und seinem Vater Sittus III. Er wechselt nicht ab, sondern... Ja, zwei, drei Könige, wäre nicht. Die Kartuschen sind von zwei, drei Königen. Und man sieht hier Amunri, der erste Gott links. Hinter ihm, der Gott hat Falkenkopf und Sonnenscheibe und zwei Federn. Er ist Mond, der Kriegsgott, vor Amunri, für Erdbeeren. In der Mitte, die Säulen sind 26 Meter hochgekommen. Die kleineren 16 Meter hochgekommen. Durchmesser einer Säule etwa drei bis vier. Auf Wiedersehen.